So, dann sind wir wieder bei Let's Play Dark Project im letzten Level, so wie es mir scheint. Oder besser gesagt, wie mir hier schon gesagt wurde. Ja. Down, 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 babadadadada. Down, down, down. Äh, die Karte ist nicht sehr gut lesbar. Äh, dieses Level ist auch komisch. Was haben wir hier? Gaspfeile. Hä, welchen Weg gehen wir jetzt? Äh, erst mal Speicheld, vorher denke ich. Hä, welcher ist jetzt so wichtiger? Ich gehe mal den Weg hier nach. Ach, zum gleichen Wort. What the fuck? Alter, what the fuck is that? Ach, du meine Güte. Hä, woher wusste dieses Drecks, wie das ich da bin? Das kostet mich doch an. Jo, ich hoffe, jetzt hat sie mich nicht gesehen. Ach, verdammt, ich habe doch gerade Fraßfeil ausgerüstet. Daun, daun, daun. Da, 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 daun. Daun, daun, daun. Daun, daun. Daun, daun. Daun, daun. Daun, daun. Oh je, oh je, oh je. Oh, 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 oh. Gasfeile sind immer gut. Das ist so meine Meinung. Ähm, mal gucken, was da kommt. Ob wir das nicht vorher schon töten können. cholera spiele. Geh, Stern! Verdammt, einer daneben. Die Gaspfeile bewahr ich mir nämlich mal auf. Ach Mist, er hat mich gesehen, das Vieh. Kurz gelegt. Kommt ja oft vor. Gaspfeiler. So. Ein Pfeil verloren, zwei neue. Heißt die Quote von Fuß 1. Und jetzt hier weiter. Kann sein, dass man irgendwie sehr viele Gaspfeile bekommt. Und die auch alle verschwenden sollte. Was ist die? Ich wette auf Extrem hat man nicht so viele Gaspfeile und muss die anders besiegen. ... ... ... ... Geh sterben. Auch tot. Perfekt. Wo bin ich? Ich bin immer noch oben auf dem... bei der Treppe. Lava. Oh, scheiße. Ah, er hat zu spät gesehen. Gut. Heißt, ich geh gleich mal... Heißt, ich geh gleich mit Gasfelder... abgewappnet hin. Oh, Gott. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Was ist das denn? Was ist da auf- und abbewegt? Keine Ahnung. Ich hoffe, es ist nichts Bösens. Ach, nö. Hat das mir Schaden gemacht? Ja. Hä? Ähm. Wir müssen hier weiter. Ah. Sieht ja echt so stark aus. Oh, nein. Das ist auch so ein Level. Guckst du alle? Ach, die sind so kalt, dass ich den Schaden bekommen, oder wie? Okay. Na, ist ja... Sehr lustig. Und es ist einfach so kalt hier. Na, na, na. Na, na. Ja. Meine Lieblingsfreunde. Ha, na. Wenn man ihn berührt... ... ist mein Schaden. Ein Schaden. Das mache ich lieber nicht nochmal. Da haben wir ein paar Feuerpfeiler hier. So. Welchen Weg nehmen wir jetzt? Den anderen. Aber hier waren noch ein paar Feuerpfeile, wenn ich hinabgehe. Los. Nein! Scheiße! Mist! 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 Verdammter! Ja komm, das war jetzt doof. Okay. Okay. Los, gib mir die Pfeile! Auf jeden Fall muss ich jetzt hier landen, so viel steht fest. Ich muss doch bald wieder cuten, Anna. Ich muss doch bald wieder cuten, Anna. Ich muss noch nicht mehr auf uns vorher. Oh Mann, warum rutsche ich da immer rein? Das ist doch bescheuert, die hier zu nehmen. Ich muss das kleines spellen, dann denke ich nicht so. Was einfach an das drücken habe ich hier, denke ich immer. Ja. So... Ach du Scheiße. Meine Bitte. Komisch, wie das Wasser hier fließt. Es war klar, dass ich hier lang kommen muss. Ich schwimme noch irgendwie hier aus dem Wasser, sonst geht. Und dann mache ich einen Cut. Gut, hier mache ich einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin bei einem Kenyender Jones.